Hallo und herzlich willkommen zurück bei Durtles TMNT. Bevor wir hier reingehen, ich habe gerade die Meldung bekommen. Wir haben alle Videokassetten, das heißt die, die ich eingesammelt habe, zählt. Das ist spannend. Und, also es zählt anscheinend tatsächlich auch, wenn man es nicht schafft, wenn man irgendwas gefunden hat. Gut zu wissen, oder? So, dann mal mit viel Stühl und Konzentration. Was fängst du dann? Ja, ich kann mich erinnern. Oof. Nein! Nein! Oh Gott, ja, ich hasse sie, ich hasse sie. Lass das. Das fängt gut an. Na komm. Komm, komm. Uff. Aber die Technik funktioniert glaube ich ganz gut. Meistens. Äh, äh, äh. Ja, das muss auch in die richtige Richtung ausgewichen werden. Ja, verdammt. Ja, hat nicht so gut funktioniert. Äh, hi. Nein, das Level mag ich überhaupt nicht. Oh, wir werden das schon schaffen. 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 Na, geht ab. Da war die Pizza drin, okay. Oh, wir werden das schon machen. Oh, die Dinger muss ich gar nicht zerstören, okay. Die Dinger muss ich gar nicht zerstören, okay. Oh, wir werden das schon machen. Na komm! Ha, au! Kann man nur so lästig sein? Ah, oh ja stimmt, ich geb's ja auch nicht. Oh, das war's. Ich glaub nicht, dass ich das schaff. Aber halt mal stehen, vielleicht hab ich dich nicht mitgeguckt. Die! Hehehehe. Das war's. 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 Ja, ich wollte gerade sagen, ich bräuchte dringende Pizza da. Das sind die Bomben-Types, oder? Das sind die Bomben-Types, oder? Das sind die Bomben-Types, oder? Ja, immerhin mit zwei Leben zum Boss Vielleicht schaffe ich es Ja, das hört mich ganz tricky Intruder alert Ja, nimm das Ja, nimm das Oh, das geht auch Ja, nimm das Das ist ja cool, ich kann ihn mit dem Futsoul schwerfen Oh Ow Yes Nice Nice Das hat besser funktioniert als ich gehofft hatte Und ich dachte, das wird jetzt schlimmer Flora Erdspine, Episode 14 Na dann, mal sehen I lost Arch-Animals Vulkan-Asteroid Okay Ah, das wird so ein Level Okay Das wird ein reiner Hindernislauf, oder? Aber schöne Umgebung Oh, okay Okay Cool 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 Das ist eine Flora Ich bin aufgeregst Eine Flora Okay. Ah! 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 Das sieht aus wie der Blitz so. Sieht doch schon aus wie der Pizza, oder? Hm. Hab ich dich. Pizzamonster. Nein, nicht noch mehr. Ah! Altertümliche Pizzamonster. Ich find die Idee so faszinierend. Pizzamonster. Oh! Oh! Pizzamonster. Da war er schon wieder. Ich dachte mir schon, dass da irgendetwas kommt. Und. Hier sieht Turtle Zeichnungen. Das sieht aber... Hm. Das sieht so nach Höhlen Zeichnungen aus. Das sieht schon ein bisschen nach Höhlen Zeichnungen aus, oder? Das sieht so aus. Ja. Das sieht so aus. 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 Das ist so aus. Ja doch, ich kann sie kaputt machen. Ja, das ist wahrscheinlich. So, was ist das jetzt? Ich werde dich schrauben, Mutant! Ahhhhhhhhhh. Ist auch ne Art Turtle, aber aus der Dimension X. Ich verstehe, Egel. Ich glaube, ich kann mich auch gerne an den erinnern. Anders weiß ich noch irgendwas davon. Oh no, I've been trashed. Oh! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Bunker! Oh no! 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 Bogen! Oh no! Oh no! Oh no!